so da weiß man ja nicht welchen motor soll man jetzt mitnehmen das sind ja ganz spezielle sachen dabei die mit unglaublich viel leistung ausgestattet sind und natürlich haben wir alle variationen lang plo kurz plo mittel plo kurz hub lang hub alle diese ganzen sachen das haben wir alles im angebot aber ich weiß natürlich nicht was soll es mitnehmen wir nehmen mal zwei stück mit um mal zu sehen ich glaube dass wir den richtigen picken hier der evan acht das ist der schreckliche der hat power ohne ende aber wollen wir sehen vielleicht kann er damit nicht so gut umgehen